ARD Text im Auftrag von Funk Das machen wir jetzt gerade, weil wir machen jetzt sonntags immer bei mir noch ein paar Videos und dann streamen wir direkt von mir aus. Kann man sich nämlich auch ein bisschen teasern besser. Und jetzt haben wir nämlich hier auf Game Maniacs den, ich weiß nicht, random Saturday, shitty Saturday. Auf jeden Fall machen wir halt kack YouTube Challenges und lachen dabei. Aber ein extra Video auf Game Maniacs. Jetzt kommt jede Woche jeden Tag Content. Ja, jeden Tag. Jeden Tag, Leute. Also deswegen guckt mal, packt mich nicht ab und abonniert den Kanal endlich, oder? Ja, ohne Witz. Ja, und gibt ein Like. Ein super Like. Und abonniert nochmal, macht einen zweiten Kanal. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen direkt jetzt an und halten unser Maul dabei, oder? Haben wir gesagt, was wir zocken? Ah ne, genau. Was machen wir? Sag Luisa. Luisa, sag. Wir spielen jetzt. Wer wird er? Wer würde eher aus Versehen die Adresse von dem Anderen verraten? Nein. Aber wenn ihr Bescheid, wenn ihr bereit... Oh, guckt nicht bei den Anderen. Ich weiß schon, ich hab meinen Namen. Deinen Namen? Okay. Seid ihr bereit? Ja. Drei, zwei, eins. So, warte. Punkt. Wir haben alle Nico gewählt. Echt? Korrekt. Aber wisst ihr, halt einfach nur, wenn du das hier checken möchtest. Ja, halt wirklich. Weil wahrscheinlich werde ich auch verchecken, das rausgebreiten, das am Anfang. Die Sache ist ja, du musst ja dieses Video hier wirklich schneiden. Ja. Und deswegen hängt es jetzt echt an. Das hängt an mir, Leute, ob ich meine Adresse liege oder nicht. Okay, fangen wir... Du musst ein bisschen so. Ja, so bleiben. So. Manchmal hast du die Fragen so vorgelesen. Wer würde eher den Anderen für schlechte Witze zusammenschlagen? Wer würde eher den Anderen für schlechte Witze zusammenschlagen? Also wer schlagen würde. Ja, wer würde eher den Anderen schlagen, weil er schlechte Witze macht? Okay. Ich hab auf jeden Fall... Ich hab auf jeden Fall meins. Ich hab meine auch. Drei, zwei, eins. Warte, du willst ein Luisa? Ja, ich würde dich selbst schlagen. Weil ich, ich denk nämlich, Adiolen mir einfolgen, wo ich immer die schlechten Witze brauche. Aber deswegen hab ich auch Nulls gemacht, weil ich weiß, weil ich weiß, er würde mich boxen. Weil er ist schon... Leute, der macht das schon nach der Aufnahme. Ja, was heißt denn? Wer würde eher eigentlich... Das heißt, wer macht das aktuell, heißt das Format ab jetzt. Wer würde eher sein soziales Umfeld vernachlässigen, um Konsole zu spielen oder andere Sachen zu spielen? Nicht gucken. Ich hab nicht geguckt, ey. Nicht gucken, ey. Nichts gucken. Ich hab meins Namen. Ja. Drei, zwei, eins. Passt du? Luisa, Luisa. Jawoll. Ey, warum ich? Sie haben Nico gewählt, weil ich von Mario Kart spiele. Aber der macht das ja sozial mit seinen Kollegen. Und ich spiel das ja kaum noch. Bei dir weiß ich, bei dir hör ich immer so das eine oder andere Profikarriere manchmal. Weil ich keine Freunde habe. Das ist richtig traurig. Das stimmt nicht mal. Wenn ich Freunde will, würde ich mit denen auch was unternehmen. Meldet euch jetzt. Meldet euch jetzt unter 01117. Wer würde eher mit Superman Dennis ein Video über Minderjährige aufnehmen? Er kann es ja nur eine Person geben. Aber was macht ihr da über Minderjährige? Kein Aufmerksamkeit. Sagt ihr, dass die geil sind oder so? Kann sein. Sowieso, ob man Dennis ein Videos machen würde. Okay. 3, 2, 1. Was hat er? Nulzen? Ja, natürlich. Ich habe Luisa. Warum sollte ich das machen? Das macht halt keinen Sinn. Weil ich dich zu sehr hasse, Alter. Ja, deswegen machst du mit dem in Aufmerksamkeit. Ja, deswegen Nulzen. Wenn ich aufmerksam bin. Ey, das ist nicht in Ordnung. Ich hasse die Typen über alles. Und ihr sagt so, ja, der macht ein Video mit dem, Alter. Ja, der Minderjährige, Alter. Ich mache Minderjährige, das ist die Geilse. Ich bin da. Wer würde eher ein Bild von seinem Lörres machen und es den anderen schicken? Ich war safe, Alter. Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube, ich weiß, wir nehmen alle die gleiche Person. Ich glaube auch. 3, 2, 1. Ach, ich habe mich genommen. Was? Ich habe gedacht, Luisa erst mal ausschließen, weil du erst mal kein Lörres hast. Ja, das wäre gerade lustig gewesen. Ja gut, dann wäre ich aber auch für Nico. Ja, weil das ist ja auch wieder, wer gemacht aktuell der Folge. Jeden Morgen mache ich so auf und dann gucke ich so, sehe ich so ein Bild von Nicos Lörres. Ja, weil der ein Hintergrundbild davon hat. Also nicht irgendwelche Türsteher, sondern die von Pasha. Ich habe das D vergessen. Nee, irgendwelche Türsteher. Leute, so random rum. Nein, wer ist Türsteher? Kommt so ein aus dem Zimmer, ja, ich ey. Und dann fängst du rein mit denen. Immer rein. Okay, 3, 2, 1, go. So, was sagt Luisa? Luisa? Ja, Mann ey, genau. Weil diesmal wollte ich mich nicht selber machen, aber eigentlich war es mir klar, dass ich das will. Wenn ihr wüsstet, wenn die ein, zwei Becks getrunken haben. Ey, dann ist die mutiger als Dicki im Stream und greift zusammen. Ja. Die zwei Naps. Die ruft auch das Ordnungsamt an und sagt, Nachbarn sind laut, aber nur damit das Ordnungsamt kommt um die und dann kann sie die zusammenschlagen. Ja. Jedes Mal, ich so, ey Luisa, komm, hör auf mit euch. Und sie so, nein, nein, auch mal teilen. Wer würde eher auf Twitter ein Bild von seinem Code posten? Da wüsste ich schon nicht. Ey, Mann hat gekocht. Nein, ich hab dich vor der Community. Dicki abonniert seinen alten Kanal. So. Okay, seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1. So, was sind wir? Kunga, 0,0. Ich hab nie guckt. Hatten wir jemals eine komplette Übereinstimmung schon? Nee. Ja, doch. Ja, da haben wir eine komplette Übereinstimmung. Aber wo? Weiß ich nicht, wer am Anfang war. Richtig? Ich kann mich nicht erinnern. Das mit der Adresse, ja. Ja, mit der Adresse. Einig, dass ich das war. Ja, okay. Tue. Aber, ja, schon, was soll man dazu sagen, ne? Auf Twitter könnt ihr jetzt auch auschecken, da ist das Bild. Hashtag Code. Wer würde eher ein Duett mit Bibis Beauty Palace singen? Und zwar das Lied WhatBot. Ach Gott, ja. Wobei, es ist grad schwierig. Es ist grad die schwierigste Frage bis heute, muss ich sagen. Ja. Ja, ich auch. Okay. Du, Luiz. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist schwierig. Aber ich glaube, diesmal müsste es so passen. Okay. Drei, zwei, eins, go. So, was ist bei dir? Luiza? Ich hab Nico gewählt, weil Nico ist so ein Musikarischer. Ich hab mir gedacht, Luiza, weil du auch Bilou gekauft hast. Ja, aber Bilou ist ja auch cool. Ja, ich dachte halt, Nico, weil der macht dann Beatbox im Hintergrund. Ja, genau. Ja, okay, stimmt. Ich hab ja auf einmal mit der gedanst. Ja, ja, deswegen. Du hast ja auch das... Du hast ja unterstützt. Stimmt. Ich hab dir ja einen Krufer gegeben. Ja, ja. Einen Lieb zum Feuer. Der beste Deal meines Lebens. Und Stickers. Und Stickers. Beste Deal meines Lebens. Wer würde eher eine Boxerei mit Mirko Rosig anfangen? Boah, ey. Ich weiß auf jeden Fall wer. Boah, ich muss nur den Namen finden. Boah, ich weiß nicht. Das ist ein korrekter Dude. So, weißt du? Ich würde ihn auch gerne mal in unserer Show haben. Ja. Mirko, du musst immer noch eingeladen, dass du vorbeikommen kannst. Bitte. Und du kannst gerne mit uns wer würde eher machen. Ja. Und andere Videos. Ja. So. Ready? Drei, zwei, eins. Ja. Ich hab auch Luiza. Ja, aber du möchtest ihn safe und safe. Nein, wir wollen ihn doch in unserer Show haben. Ja, wir wollen ja, dass der bei uns integriert will. Ja. Ja, wir mögen ihn ja. Wir wollen ihm ein Publikum bieten. Ja, und wir wollen ihn doch ein bisschen supporten. Und du ist die einzige, die eine Kacke findet. Das ist im Maul, Alter. Deswegen Mirko, komm jetzt bitte in unsere Show. Komm endlich. Wer würde eher Tanzverbot auf seine Augen küssen? Boah, das ist... Ich bin am überlegen, Jungs. Ich bin am überlegen. Ich hab meine Entscheidung gefällt wie ein Baum. Okay. Mit drei Zeiten ist das immer so schwierig. Ich hab's. Okay, ich auch. Drei, zwei, eins. Ja, ich hab auch nicht drüber gewählt. Was? Ich hab Manuel gewählt. Du willst also nicht Tanzverbot aus seinen Augen küssen? Wer das eher machen würde, ist hier die Frage. Ja, du würdest eher machen. Ich glaub eher du. Ja, ich auch. Ja, okay. Guck mal, zwei gegen einen. Okay. Haben wir uns ein Talon. Aber ich glaub jeder von uns wird den eigentlich auch. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Wer würde eher zu Melina nach Island ziehen? Ja. Die lebt ja da auf so einem Ranch. Okay. Romamentary. Lebt die da echt? Ja, die lebt da. Was macht die da? Die hat ein Haus gekauft. Ja. Die hat doch ein Köter. Ja. Den hat die auch gekauft. Das ist korrekt. Ich bin... Okay, ja. Okay. Drei. Zwei. Eins. Okay. Kunga, Luisa, Luisa. Ja. Weißt du, ich würde Luisa da hinschicken, damit die Connections macht, so mit Melina. Und dann Dreier. Das ist eigentlich eine gute Idee. Meine Intention war eigentlich, dass ich dann ausziehe und ihr zusammenziehe. Das ist auch super. Super. Mega. Ich habe eigentlich so gedacht, wäre korrekt, wenn ich schwären würde. Ja. Ja. Einfach mich genannt. Ich fand einfach so. All korrekt. Du brauchst immer so Bilder, wo die dann immer so Calvin Klein Sportbär trägt. Ja. Das war eigentlich immer so, ich würde gerne auf dieser Farm leben. Ja. Wer würde eher nackt durch die Stadt laufen und dabei datzen rufen? Das ist ja die Schwierheit. Wenn wir uns jetzt nicht einig sind, dann rast die Schwachle. Das verboten jetzt. Okay. Drei, zwei, eins. Okay. Drei, zwei, eins. Das ist ein stabiles Format. Ja. So. Leute, wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt jeden Samstag gibt es hier irgendwas krasses. Ja. Manchmal gibt es auch das neue Format Wer macht aktuell. Ja. Das müssen wir echt machen. Ja. Das ist ein korrektes Format. Wer macht echt. Und dann so Sachen. Marihuana raus. Ja. Oder Koks ins Polo schieben. Ja. Und der Crystal Meth in seinem Wohnwagen kommt. Ja. Ja. Nix gegen meinen Wohnwagen. Ja. Okay. Stimmt. Liked das hier auf jeden Fall. Und ja. Kommt bei uns in Streets vorbei. Immer mittags und sonntags 18 Uhr. Haut rein bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.